Die 62. Historie sagt, wie Eulenspiegel im Mondschein das Mehl in den Hof beutelte. Eulenspiegel wanderte im Land umher, kam in das Dorf Uelzen und wurde dort wieder ein Bäckergeselle. Als er nun im Hause eines Meisters war, da richtete der Meister alles her, um zu backen. Eulenspiegel sollte das Mehl in der Nacht beuteln, damit es am Morgen früh fertig wäre. Eulenspiegel sprach, Meister, ihr solltet mir ein Licht geben, damit ich beim Beuteln sehen kann. Der Bäcker sagte zu ihm, ich gebe dir kein Licht, ich habe meinen Gesellen zu dieser Zeit nie ein Licht gegeben. Sie mußten im Mondschein beuteln, also mußt du es auch tun. Eulenspiegel sprach, haben sie beim Mondschein gebeutelt, so will ich es auch tun. Der Meister ging zu Bett und wollte ein paar Stunden schlafen. Derweilen nahm Eulenspiegel den Beutel, hielt ihn zum Fenster hinaus und siebte das Mehl in den Hof, wohin der Mond schien, immer dem Scheine nach. Als der Bäcker des Morgens früh aufstand und backen wollte, stand Eulenspiegel immer noch da und beutelte. Da sah der Bäcker, daß Eulenspiegel das Mehl in den Hof siebte, der vom Mehl auf der Erde ganz weiß war. Da sprach der Meister, was zum Teufel machst du hier, hat das Mehl nicht mehr gekostet, als daß du es in den Dreck beutelst? Eulenspiegel antwortete, habt ihr es mich nicht geheißen, in dem Mondschein zu sieben ohne Licht, also habe ich getan. Der Brotbäcker sprach, ich hieß dich, du solltest beuteln bei dem Mondschein. Eulenspiegel sagte, wohl an, Meister, seid nur zufrieden, es ist beides geschehen, in und bei dem Mondschein, und da ist auch nicht mehr viel verloren als eine Hand voll. Ich will das bald wieder aufraffen, das schadet dem Mehl nur ganz wenig. Der Brotbäcker sprach, während du das Mehl aufraffst, kann man keinen Teich machen, so wird es zu spät zum Backen. Eulenspiegel sagte, mein Meister, ich weiß guten Rat, wir werden so schnell backen wie unser Nachbar. Sein Teig liegt im Backtrog, wollt ihr den haben, so will ich ihn sogleich holen und unser Mehl an dieselbe Stelle tragen. Der Meister wurde zornig und sprach, du wirst den Teufel holen, geh an den Galgen, du Schalk, und hole den Dieb herein, aber lass mir des Nachbarn Teich liegen. Ja, sprach Eulenspiegel und ging aus dem Haus an den Galgen, da lag der Leichnam von einem Diebe, der war herabgefallen. Er nahm ihn auf die Schulter, trug ihn in seines Meisters Haus und sagte, Hier bringe ich, was am Galgen lag, wozu wollt ihr das haben? Ich wüßte nicht, wozu es gut wäre. Der Bäcker sprach, bringst du sonst nichts mehr? Eulenspiegel antwortete, wäre mehr da gewesen, hätte ich euch mehr gebracht. Aber es war nicht mehr da. Der Bäcker wurde böse und sprach voller Zorn. Du hast das Gericht des Rats bestohlen und seinen Galgen beraubt. Ich werde das vor den Bürgermeister bringen, das sollst du sehen. Und der Bäcker ging aus dem Hause auf den Markt, und Eulenspiegel ging ihm nach. Der Bäcker hatte es so eilig, dass er sich nicht umsah und auch nicht wußte, dass Eulenspiegel ihm nachging. Der Bürgermeister stand auf dem Markt. Da ging der Bäcker zu ihm und fing an, sich zu beschweren. Eulenspiegel war behende. Sobald sein Meister, der Bäcker, anfing zu reden, stand Eulenspiegel dicht neben ihm und riß seine beiden Augen weit auf. Als der Bäcker Eulenspiegel sah, wurde er so wütend, dass er vergaß, worüber er sich beklagen wollte, und sprach ergrimmt zu Eulenspiegel. Was willst du? Eulenspiegel antwortete. Ich will nur eure Worte erfüllen. Ihr sagtet, ich sollte sehen, dass ihr mich vor dem Bürgermeister verklagen würdet. Wenn ich das nun sehen soll, so muß ich die Augen nahe heranbringen, damit ich es auch sehen kann. Der Bäcker sprach zu ihm. Geh mir aus den Augen, du bist ein Schalk. Eulenspiegel sagte, so wurde ich schon oft genannt, aber säße ich euch in den Augen, so müßte ich euch aus den Nasenlöchern kriechen, wenn ihr die Augen zumacht. Da ging der Bürgermeister von ihnen fort und ließ sie beide stehen, denn er hörte wohl, dass es alles Torheit war. Als Eulenspiegel das sah, lief er zurück und sprach, Meister, wann wollen wir backen? Die Sonne scheint nicht mehr. Und er ging hinweg und ließ den Bäcker stehen.